Am kommenden Sonntag sendet der ZDF Fernsehgarten aus Hamburg. Klar, dass der Dinotruf Hafenkannte Stars nicht fehlen dürfen. In diesem Jahr wird der ZDF Fernseharten nicht mehr aus dem schönen Mainz senden. Zum Abschluss der Saison ist die große Unterhaltungssendung mal wieder auf Tour. ZDF Fernsehgarten auf Tour in Hamburg Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, machen Moderatorin Andrea Kiewel, 58, und ihr Team im schönen Hamburg-Station. Dann sendet der Fernsehgarten live aus der Hanselstadt. Musikgäste wie Anastasia, Fury in the Slote House, Alex Christensen and the Berliner Orchestra, Joachim Witt, Goldmeister, Kim Loy, Finn und Jonas, Klaus und Klaus, Julian Pförtner und Stereoic Featuring Sarah Lahn sorgen für den passenden Soundtrick. Notruf Hafenkante, der Fernsehgarten war bei den Dreharbeiten dabei. Doch das ist noch nicht alles. Wie die ZDF-Serie Notruf Hafenkante auf Instagram bekannt gab, hat der Fernsehgarten die Stars vom PK21 bei den Dreharbeiten besucht. Die spannenden Einblicke vom Set bekommen die Zuschauer denn am Sonntag zu sehen. Notruf Hafenkante, Lilly Hollunder steigt als Isabel Nowak. Ein Punkt zu besprechen gibt es sicherlich vieles, denn am Donnerstag, 28. September, kehrt Notruf Hafenkante mit brandneuen Folgen zurück ins Fernsehen. Die 18. Staffel markiert nicht nur das Ende für den beliebten Darsteller Harald Mark, 67, der von der zweiten Folge an als gute Seele des Reviers, Jan Wolle Wollenberger für die Serie vor der Kamera stand. Außerdem werden wir die unter anderem aus verbotene Liebe bekannt Schauspielerin Lilly Hollunder, 37, erstmals als Ermittlerin erleben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, endlich mal wieder zu einem Team dazu zu gehören, und dann noch zu so einem Bezaubernden, vor und hinter der Kamera, schreibt Hollunder auf Instagram. Danke, dass ihr mich alle so toll aufgenommen habt. Neben Hollunder wird auch Mark Bartel, 33, im Beitrag des ZDF-Fernsehgarten zu sehen sein. In der Serie wird Hollunder als Ermittlerin Isabel Nowak zu sehen sein. Dass es nicht einfach sei, als Mutter von zwei kleinen Kindern für eine große Serie vor der Kamera zu stehen, berichtet die Schauspielerin in der aktuellen Gala. Zum Glück zieht ihr Mann René Adler mit. Es ist eine echte Herausforderung. Und es ist auch für René nicht einfach, denn sonst war er derjenige, der unterwegs war. Aber ich habe gesagt, jetzt bin ich mal dran, so Hollunder. Es geht nur mit einem Mann, der mitzieht.